Für mich ist es wichtig, diese Aktion zu unterstützen, weil ich denke, dass Ausgrenzung und Diskriminierung nicht zu unserem Alltag dazugehören sollten. Wir Fußballer und die Bundesliga, die Nationalspieler, können einiges dafür tun, weil wir Vorbilder sind und weil wir im Fokus und in der Öffentlichkeit stehen und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir daran teilhaben und uns dafür einsetzen. Ich bin schon lange Partner der DFL Stiftung und unterstütze die Stiftung, weil es mir in erster Linie Spaß macht, die Zusammenarbeit und auch weil wir mit unserer Stiftung und der DFL Stiftung die gleichen Ziele verfolgen. Das erste, was mir bei Diskriminierung einfällt, ist Mobbing, Ausgrenzung und das sollte nicht alltäglich sein in unserer Gesellschaft. drittendend. drittendend drittendend